Aron ist weg, hat sich nicht mal verabschiedet. Naja, was blieb ihm weiter übrig? Erst hauen sie die Kommunisten weg und jetzt sind die Juden dran. Das war grauenvoll! Das war nicht wie geplant, aber das war überhaupt nicht grauenvoll! Verzeihung! Hilde Kallmann! Sehr angenehm, aber sie entschuldigen. Sie haben einen schönen Anschlag. Gutes Tempo, sauberen Takt. Leider ist mein Klavierspieler heute Abend ausgefallen. Ich soll sie begleiten? Nur heute Abend. Der onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küsse. Der sei für schwache hals. Kärlighed og sød musik. Ein historie, der hurtig kunne være fortalt, hvis ikke 2. verdenskrig havde sat sit märke. Se den prisbelømte TV-serie De Skæbne Svanger Aar, der strækker sig over 20 år af Tysklands dramatiske historie. Man må sætte vores spørgsmål. Wolfgang! Wolfgang! Wolfgang, wir haben nochmals. Wolfgang! 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 Wolfgang!